So, und dann reitet ihr einfach mal mit eurem restlichen Leben, so weit wie ihr kommt. Damit wir einfach wissen, wo wir noch hier... So. Und jetzt kommt ihr. Los, mach ihn. Gut. Wie sieht's hier aus? Oh ja, auf den Olifanten rauf, der... Der ist nicht zu spaßen, der Olifant. So, Dara. Nehmen wir mit. So. Okay. Ne, hab ich auch nicht vor. Ja, das ist ein bisschen... Ich find's ein bisschen nervig, dass ich immer warten muss, bis der Kreis hier fertig ist. Hier hätte man auch so ein richtiges Baumenü machen können. Die Schlacht, was gehört ist fertig? So. Aber eben deine Mitte stellen. Und dann... So. Dann kommt ihr hier mal mit als Unterstützung wieder dazu. Dann gucken wir... Doch, die konnten bis hierhin gehen. Ach, jetzt kommt da auch noch welche her. Wir werden siegen! So. Na, jetzt. Jetzt endlich. Jetzt endlich. Ach, wo kommt ihr denn noch her? Ist auf dieser... Ist auf dieser... Ja, wir werden das wieder in zwei Gruppen einteilen. So. Die werden in... Oh ja, da seh ich's doch schon. Hier hin. Und der Rest... Mit allen Helden... Geht in dem Verband... Nach... Los. Genau, hier ist auch noch ein Lager, also... Die haben hier jede Möglichkeit... Ausgeschöpft, irgendwo was hinzusetzen. Ich glaube, die können wir schlagen. Unsere Festung wird ansehen. Na. Au, 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 au. So. Da hoch. Unsere Festung eben verteidigen. Los. Und... Dann kümmert ihr euch um die hier. Ja, genau. Dann sind die dran. So. An meine Mitte stellen, damit... Das auch gut funktioniert. Ja, die sind hier auch gerade erst am aufbauen. Gut, sofort hier... Den Punkt aufbauen... Und als unseren Stützpunkt verwenden. Dann stellt ihr euch mal... Da draußen hin. So, natürlich verwenden wir dann wieder hier alle Bauplätze als... Für die Gehöfte. So. Na, was dreht ihr um? So, da... Kaputt machen. Er schießt sie! Und... Kaputt. Und dann... Kann eigentlich nur theoretisch hier eins und da hinten eins sein. Aber so wie es aussieht... Wird da hinten noch was sein. Ne, die haben sich hier richtig... Wie Bazzillen festgesetzt. Ah, macht eben das... Hauptgebäude hier kaputt und dann... Und dann jetzt hier auf dem Turm. Mögen Sie nie... Genau. Oh, das war's schon. Gut. Ich dachte, da hinten stände noch was. Ach, die Helden. Ja, dankeschön. Gewonnen. 87. Das ist doch eine schöne Wertung. Elf Helden... Äh, elf Veteraneneinheiten. Gebietsbonus. Gut, habe ich jetzt übersprungen. Tut mir leid. Aber das nächste große Gebiet... ...gehört uns. Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg. Da ist kein Gebiet mehr. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. So. Jetzt nehmen wir noch hier das eine Gebiet. Nurn. Von Mordor. Und dann sind wir... Dann sind die ganz schön eingeschränkt. Nurn ist ein düsteres und gefährliches Land, in dem die Sklaven des dunklen Herrschers Rohstoffe für seine riesigen Armeen abbauen. Oha. Mal gucken, was wir da alles sehen. In dem Gebiet von Mordor. Gut. Gut, gut, gut. Oder auch nicht gut. Alle Truppen Mordors. 24 Punkte haben wir. Können wir uns da was Hübsches kaufen? Adler können wir uns kaufen. Adler. Schwert. Jetzt fehlen uns noch 10. Und dann haben wir auch die letzte Fähigkeit. Zerstöre alle Lager des Bösen. Gut. Wie es aussieht, dürfen wir noch nicht mal... Irgendein... Gebäude bauen. Oder kommt das noch? Oder wir sollen einfach nur die Kriegsmaschinerie zerstören. Wo, wo, wo. Genau, kaputt machen. Ach, sie kommen schon. Das habe ich vor. Ach, gut. Da sind die Nächsten. Au, 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 au. Pfeile. Die macht... Der macht so viel Schaden. Da, gut. Und da kommen die... Die größeren Einheiten. Was ich... So... In etwa nicht erwartet hatte. Hör mal eigentlich ganz schön. Guten Schaden hier. Hier. Wir werden angegriffen. Aragon. Ist Aragon hier bei? Nee. Oh, Junge, 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 Junge. Das wäre da hier richtig nochmal... ...gefährlich hier. Oh, hauer, 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 hauer. So viele Einheiten hier noch. So, jetzt sind die Bogenschützen ja auch alle einsatzbereit. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus hier. Aber da kommen die Nächsten. Ist eng in der Einheit gestorben. Wir haben... ...jedenfall was an Einheiten verloren. So, Ponys, einmal zurück, bitte. Lasst euch da nicht vernichten. Die Bogenschützen werden da schon richten. Genau, da. So, jetzt könnten wir was bauen, aber... Gut, aber was soll man erwarten? Wir sind mitten in Mordor drin. Da haben die natürlich auch eine gewisse Anzahl an Soldaten. Parat. Oh, jetzt kommen sie auch noch von der Seite. Ach, die wollen... ...vernichten. Ja, da kommt hier unsere Bauernstoß-Truppe. Die wollen hier bestimmt... Okay, ich hau ab. Ich hau ab. Hau, 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 hau. So, jetzt weiß ich aber einfach nicht. Wir stehen gerade mitten in dieser Welt. Ich weiß jetzt einfach nicht, wo ich hin soll. Also hier kommen ja jetzt viele Einheiten. So, da noch. Los. Ach. Jetzt kommen sie auch von da. Ich muss hier einfach welche zurücklassen, habe ich das... ...blöde Gefühl. Ja, haut ab. Haut ab. ...stellt euch hier ins Lager und dann... ...müssen wir uns gleich irgendwas überlegen. Wie wird das hier alles zurückhalten? So. Jetzt werden wir hier von drei Seiten angegriffen. Ja, ihr dürft gerne auch zurück. Wo seid ihr denn hier ganz? So. Ihr kommt zurück. So, und jetzt will ich einmal gucken, wo die herkommen. Ich meine, womit kann man das besser als mit... ...mit Spähtruppen sozusagen. Also hier ist ein großes... ...na, groß... ...ein Lager. Dann will ich das ganze Gebiet hier mal einmal erkunden. Hier werden angegriffen. Die müssen nämlich auch von mehreren Seiten kommen. Ich glaube nicht, dass sie nur von da kommen. Die kommen ja von allen Himmelsrichtungen. Also schreit das förmlich danach. Da sehe ich doch schon mal was. Das zweite Lager. So, jetzt will ich da mal ein bisschen gucken... ...und lass sie da einfach mal quer durchreiten. Zurück. Ja, du machst da bitte auch keine... ...Selbstmordaktionen. So, jetzt muss ich mir was ausdenken, wie ich den Punkt hier in der Mitte schütze. Oh, 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 zurück. Genau. Das heißt, ein kleiner Teil... ...nehmen wir mit. So, ble... Ja, mit den Pferden. So, damit die hier keinen Selbstmord begehen. Und ihr auch noch... ...und dafür kann die Elbeneinheit hier bleiben. Und dann die Helden noch. Und dann... ...werden wir mit denen hier... ...verteidigen. Soweit, wie das da denn möglich ist. Boah, wie viele Einheiten das sind, das... So. Jetzt will ich das erste Lager aber hier mal zerstören. ... ... ...